Hoho, geil, ey. Das Vieh, ne? Das ist unglaublich. Die machen mir gar keinen Schaden. Ich bin unbesiegbar. Schon wieder hier. Sag mal, der ist doch besoffen, oder? Wo schießt denn der hin? Das kannst du vergessen, ST2. Du machst mir keinen Schaden. Da brauchst du schon Gottheiten, um mir Schaden zu machen. Da brauchst du schon Gottheiten. Scheiße. Komm, mach du mal wieder, SKong. Danke. Geil. Ich helf dir, T30. Ich helf dir. Die letzte Hilfe, die du kriegen kannst. Halt durch. Das ist gemein, was der macht dort. Das ist gemein. Das alte Dreckschwein. Der kann sich gar nicht wehren. Das ist Mobbing. Das musst du aber selber schaffen, T30. Ich habe keine Zeit. Ich bin ja nicht bei KindergärtnerTV. Ja, der war schön. Der war schön. Den habe ich kommen sehen. Oh, Bishop. Den habe ich auch kommen sehen. Der will hier eine Flankenade machen, oder? Ich fahre unten lang. Ich habe sowieso keine Depression. Oh, jetzt Shepard's hier. Du Affe! Oh, Alter! Da haben wir uns aber mal ein Statement gemacht hier. Da gab es richtig schön ein Surfbrett in die Fresse. Oh Gott, ey. Ihr wollt mich doch verarschen, ey. Das sieht doch gar nichts mehr von mir an. Kommt trotzdem durch. Aber ich muss hier gegenhalten. Also irgendwie überleben jetzt einfach. Wie kann ich hier eventuell? Oh Gott. Oh nein, 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 nein. Oh, hier sind solche Schwitzer drin. Wo fahre ich hin? Ich bin jetzt wie eine Tock unterwegs. Oh, Große. Oh, der nächste Idiot. Also wirklich. Ich kann sowas heute nicht mehr gebrauchen. Ich habe hier ein super leckeres, frisches, weiches Brot, süß, mit Zucker und Zimt und Apfelmus. Das ist super geil. Aber das klingt auf jeden Fall sehr fein. Das knallt richtig in die Mappe rein. Da geht es jetzt richtig ab hier. Jawohl, das war wichtig und richtig. Jawohl, auch wichtig und richtig. Okay, du kommst jetzt hier gleich. Ich helfe dir, schau auf der Tor. Oh Gott, die kommen jetzt von allen Seiten. Von allen Seiten. Die kommen von allen Seiten. Ich habe Angst. Von allen Seiten. Hilfe, hier sind nur Feinde. Oh Gott. SOS. Ich werde mich gar nicht mehr eindrehen können hier. Kann ich, schaffe ich das noch? Ja, noch einen rein. Oh, oh. Ja, super. Ach, macht es doch. Macht es doch. Ist mir doch egal. Nein, jetzt soll noch nicht pushen, VK. Oh, du Lump, du. Aha, Arti, verschossen. Du bist dumm. Oh nein, VK kommt langsam reingekutscht. Und der SMV, SMV-CC, der macht was Dummes. Schießen Sie, Kameraden. Der macht was Dummes. Das ist doch Mobbing. Das ist doch Mobbing. Einen Nanometer. Über die Heckklappe drüber geschlittert. Ich hätte nur noch Kufen drauf machen müssen. Komm, jetzt geh doch mal bitte rüber. Geh doch mal bitte rüber. Oh, der wird mich gleich richtig... Geh doch mal bitte rüber. Jetzt geht's wieder. Oh, das ist jedes Mal, wenn ich zwischen den PCs rumwechsel. Der wird richtig gekotzt haben jetzt. Alter Tiger kommt auch. So, jetzt muss man hier mal ein bisschen... Amarsche. Oh. So, ich bin fertig für die Runde. Einmal klippen, bitte. Fein. Hallöchen, du Affe. Raus mit die Viecher. Lebensziel erreicht. Artis sind raus. Jetzt würde ich fast umdrehen. Ich täusche bloß das Umdrehen an, tatsächlich. Barsch, du Zecke. Raus mit die Viecher. Nein. Nein. Mann, ey. Oh, oh. Jawoll. Raus mit die Viecher. 228. Oh, das wird jetzt ein Weiterschuss. Komm schon. Klopp. Folks, G's hoch raus. Jawoll. Oh, ho, ho. Disrespected. Die haben null Antigra, das ist ne Lecke. Das ist ne Lecke. Nicht vor mich. Gibt's denn das? Gehst du jetzt weg, Simi-Chris? Ich schiebe dich zum Mond hier. Oh, schön. Oh, man, hier ist... Ja, aber der Ranschkirrt geklippt. Hier zu viel. Hat ich nicht mehr kippt. Die kippen. Will aber schießen. Komm doch mal. Kill. Jawoll. Da ist er. Nein. Schau. Das hier klippen ist auch nicht schön. Nein, Alter. Sau. 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 Also ich möchte allen, ich möchte allen Beteiligenden sehr danken für diese wunderbare Arbeit, Tony und Sepp gut dastehen zu lassen. Sau.